Wir sind wieder zurück und wir sind wieder zurück ist denkbar das Falscheste, was ich eigentlich sagen könnte, denn wir haben dieses Video in dieser Form noch nie so gemacht. Die erste Aufnahme außerhalb des Streams, 96 Karriere, we go for it. Es ist länger nichts gekommen und das lag am Tabellenplatz. Tabellenplatz 9 aus 11 Spielen, 15 Punkte, das ist alles andere als gut, da bin ich nicht mehr zufrieden und dementsprechend habe ich mich geweigert zu streamen, nein, ich hatte einfach nicht die Zeit dafür. Wenn ihr aber Bock habt, dass diese Karriere auch so weitergeht und wenn euch das freut, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zur Folge im Nachgang, gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und wir springen heute richtig schön rein in diese Karriere mit 96 und den Rest der Hinrunde. Wer die ersten Folgen nicht gesehen hat, der wird nicht mitbekommen haben, dass unter anderem Derrick Kühn bei uns aktuell keine Rolle spielt, wir haben Max Christiansen in der Innenverteidigung, wir spielen unsere Fünferkette, wir spielen mit Fabian Kunze, mit Louis Schau, mit Enzo Leopold und es läuft so lala, wir müssen also besser werden. Ich bin aber positiv, dass das funktionieren wird. Wir müssen im Winter Transfers machen, im Optimalfall und ich will mich so ein bisschen an meiner privaten Karriere mit Sporting orientieren, auch da, wer mir auf Instagram folgt, wird nicht nur wissen, warum es schwer war, diese Folge aufzunehmen, sondern auch, was ich da so gemacht habe und wie da mein Ansatz ist. Wir gehen jetzt mal ein bisschen vorwärts, wir machen hier nicht zu viel Tamtam. Erstmal ändern wir die Taktik, Flügelspiel, das ist es nicht, das haben wir festgestellt, mittlerweile müssen wir da irgendwas anderes machen und ich würde sagen, für den Moment gehen wir tatsächlich sogar auf Standard, was natürlich unsere Coaches nicht unbedingt freuen wird, die gar nicht darauf ausgelegt sind, aber Flügelspielen mit zwei Außenverteidigern klappt einfach nicht. Ullmann, Taddel und Lürs freuen sich über die Laie, ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe, ich bin ein bisschen irritiert, aber gut, wir nehmen das einfach mal so an. Bei den Trainingsplänen habe ich einiges falsch gemacht, Vogelsammer und auch Schaub waren überhaupt nicht auf Fitness ausgelegt, sondern nur auf Bissigkeit, was an sich okay ist. Problem ist, Schaub hat jetzt zum Beispiel gar keine Fitness und Vogelsammer nur so bedingt, das heißt, da werden wir anders agieren müssen, wahrscheinlich vorne tatsächlich mit Howie und mit Sadie. Wir spielen gegen Gräuter Fürth, Entschuldigung, gegen Spielvereinigung Fürth, gehen in den Vorbericht, gucken mal rein, was wird da gesagt, sie haben keinen wichtigen Spieler, wir sehen aber auch Branimir Grotter nur auf der Bank, Gieselmann ebenfalls der ehemalige Hannoveraner und Julian Green, also die nominell drei wahrscheinlich besten Spieler, ganz, ganz merkwürdige Taktik, die Fürth hier an den Tag legt. Einerseits Kontermannschaft, andererseits bauen sie ihre Angriffe immer geduldig auf, irgendwas stimmt da nicht. Fitnesstechnisch macht es mehr Sinn, dass Moroja startet, Verteidigung lassen wir so wie sie ist, Brighter R&B kann aber früher oder später wieder sein, Chance bekommen, Mittelfeld lassen wir auch so, auch Derek Höhn startet erstmal nicht, wir setzen aber auf die Bank, stattdessen noch einerseits Damar, Taddel ist ganz, ganz schwer momentan, zumindest was seine Leistung angeht, aber wir setzen trotzdem auf die Bank für Vogelsammer. Rein in die Simulation im Schneegestöber von Hannover und wir sehen schon, okay, wir gehen da aggressiv vorne drauf. Abfahrt führt hier mit viel Ballbesitz bisher, ohne wirklich in eine Abschlusssituation zu kommen, aber wir kriegen den Ball irgendwie nicht so richtig gewonnen. Jetzt Ese mal mit dem Ballgewinn, allerdings direkt ins Seitenhaus, das sieht noch nicht so gut aus. Oh, da gehen wir rein, endlich mal der Ballgewinn und dann haben wir den Freistoß über Marcel Halstenberg, der den in die Mitte bringen wird. Ne, macht Brooklyn Ese, auch in Ordnung, mal gucken, ob wir daraus irgendwas Gewinnbringendes erzielen können. Haben wenige Spieler im 16er, ein bisschen irritierend, jetzt kommt noch einer eingelaufen, die Gelegenheit nutzen wir doch gleich mal. Weil Ese bringt den viel zu kurz, Nielsen mit dem Kopfball, das sieht nicht gut aus. Halbzeit führt, macht das wirklich gut, ist die überlegene Mannschaft. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass wir offensiv überhaupt nichts kreiert bekommen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass wir einfach zu defensiv stehen. Ich ziehe Kunze jetzt nach vorne im zentralen Mittelfeld, hat er zwar minus sieben, aber wir werden auch wechseln. Und zwar kommt Max Besuschkopf rein, um mehr spielerische Komponente reinzubekommen. Halstenberg geht auch ein bisschen nach vorne wieder und genauso ziehe ich Brooklyn Ese und Seymuroja nach vorne. Die sind da beide nicht unbedingt zu Hause, macht aber auch nichts, weil Köhn reinkommt. Wir müssen irgendwie hier erfolgreich sein. Es kann nicht sein, dass wir hier irgendwie die ganze Zeit nicht zum Zukommen. Scott rein, Abfahrt zweiter Halbzeit. Das sieht gleich viel besser aus. Wir setzen unserem 16er fest, allerdings auch wir ohne Abschlusssituation. Bisher aber jetzt kommt Scott und das wäre natürlich perfekt gewesen, aber es sieht gut aus. Und jetzt ist die große Chance da und Setti Teuchert macht den Führungstreffer so, so wichtig. Das 1 zu 163 Minuten und offensiv sind wir jetzt viel besser. Müssen wir uns merken, wir müssen auf jeden Fall die Formation anpassen. Boah, riesige Chance für Führer, das Ganze abgewehrt zur Ecke. Wir wechseln nochmal durch. Moroya geht raus, Taddel kommt dafür auf die rechte Schiene und auch Modamar bekommt seine Chance. Ich weiß allerdings noch nicht für wen so richtig. Vielleicht vorne für Nielsen, Sturmspitze nicht, aber dann wechseln wir auf 3, 4, 2, 1. Boah, Zieler mit einer wichtigen Parade da. Vielleicht jetzt nochmal einen Konter setzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Über Derrick Höhn, der ist schnell, der zeigt seinen Tempo. Zumindest so halb. Und damit ist es vollbracht. Erstes Spiel, erster Sieg, Tor durch Setti Teuchert. Wichtig. Wenn ich so übernachtenke, macht das total Sinn. Sporting, da habe ich auch eine Fünferkette. Allerdings habe ich da deutlich mehr individuelle Taktiken und eben auch zwei zentrale Mittelfeldspieler. Wir in unserer aktuellen Formation haben ja zwei linke Außenverteidiger plus Kunze noch zurückgezogen. Also viel zu defensiv. Wir können unsere spielerische Qualität so überhaupt nicht zeigen. Und das müssen wir unbedingt ändern, damit wir offensiv gefährlicher werden. Weil das ist bisher das große Problem in dieser Saison. Abgesehen natürlich von der individuellen Qualität. Auch da Neuerung. Das ist unser Transferverlauf. Das ist nicht so richtig viel. Das liegt daran, dass ich gesagt habe, wir machen in der Hinrunde keine Transfers. Erst zur Rückrunde. Und ich habe natürlich das Problem, dass ich als 96-Fan sehr gebunden an den Verein und an die Spieler bin. Das heißt, ich will niemandem, der dieses Video guckt und einen Lieblingsspieler zu nahe treten. Gleichzeitig aber mag ich die Spieler selber alle sehr gerne. Es ist aber ein Karrieremodus und dementsprechend no hard feelings. Ab jetzt werden wir absolut reckless sein. Vielleicht nicht ganz, aber wir werden auf jeden Fall Spieler verkaufen. Wir werden Spieler kaufen. Wir wollen diese Mannschaft ja aufbauen. Und es soll ja auch irgendwo realistisch sein. Vielleicht aber auch nicht komplett realistisch. Weil wir werden natürlich über mehrere Jahre spielen. Da kann man halt nicht kompletten Realismus walten lassen. Tatsächlich ist es aber auch Teil unserer Ziele, zwei Schlüsselspieler zu verpflichten. Von daher sind wir im Winter sowieso dazu gezwungen, außer wir wollen unseren Job riskieren. Und das hat uns der Vorstand jetzt nochmal klar gemacht. Dazu haben wir Leihangebote für Taddle. Mal gucken, ohne Kaufoption wäre mir lieber. Und damit ist das gegessen. Taddle wird gegebenenfalls zu Huddersfield gehen, wenn er denn Bock darauf hat. Kurze Laufzeit, das heißt nur, glaube ich, bis zum Saisonende. Wäre aber für mich völlig in Ordnung, wenn er auch Bock drauf hat. Ich sehe aber Pogon Stettin, die allerdings für zwei Jahre. Auch für mich in Ordnung. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh, okay. Pogon möchte vielleicht wirklich, aber Taddle nicht. Das heißt, das kommt nun mal nicht in Frage. Wir haben auch noch ein Angebot für Lührs. Aktuell haben wir viele Leihangebote. Saddi möchte gegen Düsseldorf nicht auf der Bank sitzen. Das kann ich ihm fast schon garantieren. Ich denke drüber nach. Der wird spielen. Hat zuletzt getroffen. Ist wichtig, dass er wieder in Form kommt. Wir müssen natürlich Sachen anpassen, damit unsere Spieler auch die neue Dreierkette spielen können. Das heißt, offensiver Außenverteidiger, Forster Skills. Schön und gut bei Seymour Oya. Den brauchen wir aber als rechten Mittelfeldspieler. Und das wird nicht funktionieren. Das dauert zu lange. Aber gut, wir versuchen es trotzdem. Ist aber natürlich ein Zeichen. Vielleicht müssen wir im Winter finanziell nachlegen. Ich gucke mal, wie es bei den anderen Spielern ist. Das sieht bei allen ehrlich gesagt nicht so richtig gut aus. Köhn hat übrigens mittlerweile Forster Skills. Der wird linker Mittelfeldspieler. Genauso wie auch Brooklyn Ese. Bei dem versuchen wir es, der hat mittlerweile Forster Skills. Ich kann schon mal sagen, 58 Wochen sind eine ganz schön lange Zeit. Mal gucken, wie das wirklich in der Realität sich dann darstellt. Wir haben im zentralen Mittelfeld Fabi Kunze. Der braucht Ewigkeiten. 130 Wochen bei Seymour. 255 Wochen bei Fabian Kunze zum ZM. Ganz klares Zeichen, was wir gegebenenfalls machen werden. Denn Sebastian Ernst wird wieder Zehner. Und Howie machen wir ja zum Mittelstürmer nach vorne. Nicht gestiegen, ist nicht so dramatisch. Wir müssen ihn noch zum Stürmer umfahren. Zwei Wochen, das ist entspannt. Jetzt, wo wir Mittelfeldspieler haben, stelle ich übrigens doch wieder auf Flügelspiel um. Das liegt ganz einfach, ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Aber es liegt ganz einfach daran, dass wir nur Trainer dafür haben. Und das ist mir sonst einfach zu risikoreich. Auswärtsspiel in Düsseldorf. Wichtigster Spieler scheinbar nur Gaboria. Wenn man sich den Kader anguckt, das ist schon richtig stark. Einzige Schwäche eigentlich, die Sturmspitze mitnehmen jetzt. Aber ansonsten ist das wirklich gut. Düsseldorf ein starkes Team. Da müssen wir richtig aufpassen, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Die stehen nämlich auch in der Tabelle vor uns. Trainingseinheit abgeschlossen. Sieht sehr gut aus. Und damit gehen wir genauso wie gerade in eine lange Simulation rein und schauen mal, was passiert. Düsseldorf, wie gesagt, ein starker Gegner. Aber ich glaube, wir können die nach dem letzten Sieg auch schlagen. Wird allerdings schwer, wenn es direkt nach 8 Minuten, nach 4 Minuten, 1 zu 0 steht durch Bergmann-Johannesson. Das war überhaupt nicht gut verteidigt. In jeglicher Hinsicht ganz, ganz schwach. Überhaupt kein Zugriff. Das muss besser werden. Oh, da wäre die erste dicke Chance gewesen. Beziehungsweise da war die erste dicke Chance. Und Zeddy nochmal kommt, aber nicht zum Abschluss. Bisher Düsseldorf deutlich überlegen. Aber vielleicht jetzt mal die ersten wirklichen Angriffe. Und Louis Schaub macht direkt den Ausgleich. Wichtig. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Düsseldorf direkt mit dem nächsten Angriff wieder vorne. Kein Bedrängnis für Felix Klaus. Und der Ex-96er trifft. So ist es dann manchmal. Aber auch hochverdient zur Halbzeit. Oh, Leopold. Nächste gute Gelegenheit. In die Ecke gehen wir direkt selber rein. Schön gespielt auf jeden Fall. Zeddy vorher fast schon mit einer Abschlusschance. Vielleicht jetzt per Standard die Gelegenheit da irgendwie zurückzukommen in die Partie. Flanke kommt auf Halstenberg. Der kommt auf jeden Fall nicht dran. Moroja legt ihn nochmal raus auf Enzo Leopold. Der mit der Flanke. Die wäre komplett nicht dahin gekommen, wo sie hin sollte. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall den Konter verhindern. Ansonsten könnte es hier ganz, ganz böse ausgehen. Johannes noch mit dem Ball auf Tanaka. Tanaka ein guter Techniker. Ist hier im direkten Zweigampf mit Marcel Halstenberg. Phil lässt sich da komplett in die falsche Richtung ziehen. Felix Klaus auf der Außenbahn. Die Flanke kommt in die Mitte. Halstenberg ist da. Niem jetzt ist aber auch da. Und 3 zu 1. Oh, dicke Chance von Zeddy. Macht da nicht rein. Ganz, ganz bitter. Zeddy. Sehr, sehr schön. Wichtig, dass wir hier nochmal zurückkommen oder rankommen auf 3 zu 2. Auch wichtig für die Moral. Haben mittlerweile gewechselt. Unter anderem Nielsen für Tresoldi drin. Es ist wirklich Wahnsinn, wie man sieht, dass die Abschlüsse halt auf ultimativ fairer Weise immer drin sind von Düsseldorf. Die wieder nach vorne gehen und Felix Klaus fast mit dem Doppelpack. Und da ist der Ausgleich. Und es ist Seymouroyer. Es ist ausgerechnet Seymouroyer, der gerade die Chance von Zeddy vorbereitet hat. Wahnsinn, dass wir hier nochmal zurückkommen. Ganz, ganz wichtig für die Moral der gesamten Mannschaft. Boah, und diesmal ist Zieler so wichtig da. Unglaublich, was wir für Lückendefensiv haben. Aber das ist halt der Nachteil an der Dreierkette, wenn du keine Arbeitsraten auf außen hast. Und die hat Derrick Köhne halt zugegebenermaßen einfach nicht schön geblockt von Bright Array in B eingewechselt worden. Ganz wichtig. Und damit holen wir einen Punkt in Düsseldorf. Tattel hat sich offensichtlich für die kurze Leihe entschieden. Ist dementsprechend weg und geht für ein halbes Jahr nach Huddersfield. Und auch Erik Ullmann wird uns verlassen. Ebenfalls für ein halbes Jahr. Und während der nach St. Louis geht, haben wir ein Angebot von Hertha für Sebastian Ernst. Allerdings außerhalb der Transferphase machen wir mal gar nichts. Und ein direkter Liga-Konkurrent kriegt auch Sebi nicht. Möchte aber weg. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Es ist schwierig. Ich kann auch nichts Cooles irgendwie machen. Es war unvermeidbar. Wir haben nicht den Platz für ihn. Und er hat halt leider Gottes seit seiner Rückkehr ausführung auch nicht auf dem Level performt. Viele Verletzungen gehabt. Aber was soll ich machen? Und hier haben wir die dritte Leihe. Und auch die ist in trockenen Tüchern. Koya Udenne zum FC Andorra. Klar. Und offensichtlich müssen wir doch jetzt ran, weil Ernst schon sehr akut gehen möchte. Und wir kriegen die Angebote. Schalke hat gerade angeklopft. Und jetzt der FC Elche. Ab nach Spanien für Sebi Ernst. Ne, ich war zu gierig. Burgos CF möchte Tresoldi. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Und jetzt geht's gegen den FC Schalke 04. Ist natürlich ein Spiel, was man normalerweise spielen müsste. Oder wo man normalerweise in eine richtige Simulation reingehen will. Aber ganz ehrlich, ich will's einfach nur schnell hinter mir haben. Wichtiger Defensivspieler Brunner, Offensivspieler Oejan. Eigentlich beides Verteidiger. Deswegen keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Aber die Truppe, ich sag's immer wieder, auf dem Papier, ist schon richtig gut. Wir nehmen eine Änderung an der Startlärmung. Wir spielen mit Howie anstelle von Niccolo Tresoldi. Mal gucken, wie es in der Schnellsimulation läuft. Ich hoffe, wir können da was mitnehmen. Wir verlieren spät durch ein Tor von Tobi Mohr mit 1 zu 0. Das ist richtig bitter. Wir dürfen Harvard Nilsons Position wechseln. Das ist sehr, sehr schön. Den machen wir also wieder zum Stürmer. Damit kriegt er 71. Das ist fantastisch. Dazu haben wir Scouting-Updates. Und zwar von unseren beiden Scouts. Einmal aus der Schwitz. Wo jetzt nicht so richtig was da... Oh, Kevin Kaufmann. In Deutschland sieht zumindest Jonah Müller nicht uninteressant aus. Potenzial aber nicht so gut. Wir werden ihn trotzdem beobachten. Joshua Haas. Na ja, also alles nicht so richtig doll. Dazu haben wir News von unserem Capitano, von Ron-Robert Zieler. Der mal wieder sich beschwert. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles wird wieder gut. Und das hoffentlich schon im Spiel jetzt gegen Nürnberg. Denn die Vorzeichen sind nicht gut. Wir sind in der Tabelle sogar noch einen Platz nach hinten gerutscht. Stehen hinter Osnabrück. Und das kann es wirklich nicht sein. Mats Möller-Dehli ist der wichtigste Spieler beim FCN. Die ihre Angriffe geduldig aufbauen und defensiv kompakt stehen. Und das Spiel kontrollieren wollen. Gute Abstände zwischen den Ketten. Das wird für uns schwer zu durchspielen sein. Das haben wir in den letzten Spielen gesehen. Versuchen werden wir es natürlich trotzdem. Direkter Aufstieg aktuell in weiter Ferne. Acht Punkte Rückstand. Die Mannschaft ist aber gut genug, um die Wende zu schaffen. Da bin ich definitiv überzeugt von. Nürnberg und Hannover relativ ebenbürtig. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Das haben wir gerade schon gesagt. Das werden wir aber auch nicht tun. Und wir werden in den nächsten Spielen gut weiterspielen. Auch wenn wir gegen Schalke verloren haben. Wir können noch mehr. Wir sind besser, als wir aktuell dastehen. Zuletzt hat es nicht geholfen. Heute also wieder mit Niccolo in der Sturmspitze. Wir haben auf jeden Fall eine Beschwerde bekommen von Andreas Vogel. Sagen wir mal, dass er mehr spielen möchte. Aber gerade müssen wir den Fokus auf Leistung legen. Und Tresoldi ist derjenige mit dem grünen Smiley. Deswegen wird der uns hoffentlich hier zum Sieg spielen. Wir machen es wieder kurz. Wir machen es wieder schmerzlos. Wir machen wieder die Schnellsimulation. Und ich bin sehr gespannt, was draus wird. Kurz nochmal nachgeguckt. Tatsächlich, sowohl Howie als auch Vogelsammer haben diesen neutralen Smiley. Scott zum Beispiel ist happy. Auswärtssieg. Ganz wichtig. Derrick Höhlen mit einem Tor. Saddi Teucher mit einem Tor. Daferner zwischenzeitlich mit dem Ausgleich. Ist aber egal. Irgendwie auffällig. Immer wenn Kunze reinkommt, krassieren wir ein Gegentor. Aber hier können wir trotzdem gewinnen. Wo wir gerade über Kunze reden. Ich will mal gucken, was mit dem theoretisch möglich ist in der Innenverteidigung. Weil wir haben halt keinen Sechser in unserem jetzigen System. Vielleicht müssen wir da nochmal drauf achten, ob wir den gegebenenfalls eher zum Innenverteidiger machen können. Das dauert zwei Wochen. Und ich würde sagen, das ziehen wir dann einfach mal durch. Genauso bei Max Christiansen. Wir haben eben aktuell keinen Sechser in diesem System. Müssen aber aufpassen. Gegebenenfalls dadurch, dass wir jetzt den Achter haben, ist es vielleicht ein bisschen zu offensiv. Vielleicht gehen wir hier doch wieder auf die LA-Faust zurück. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser für unser Spiel. Die dürfen nicht zu tief stehen. Aber ich glaube, sonst wird es zu offensiv. Und wir laufen in zu viele Konter, wie zum Beispiel gegen Düsseldorf. Dafür gehen wir hier auf mit angreifen und bei Sey ganz genauso. Und dann sollte das im Normalfall ja auch funktionieren. Übergreifende Läufe sollen die beiden machen. Haben wir jetzt mal angepasst. Sollte also klappen. Beim Spiel gegen Paderborn drei wichtige Spieler. Hoffmeier, Kruse, der ja existiert gar nicht mehr, hat seinen Vertrag ausgelöst. Und Conté haben insbesondere eine sehr disziplinierte Angriffsstrategie. Und defensiv-aggressives Pressing. Vielleicht eine gute Chance, die Ketten zu überspielen. Bei der Fitness sieht man die Probleme vom bissigen Trainingsplaner. Wir brauchen halt den Fokus auf der Leistung. Wir gehen in eine normale Simulation und hoffen, dass das funktioniert. Auch mit Nielsen, Stadtresoldi und Scott in der Startelf. Auch dem geht mal auf die rechte Seite. Ich bin gespannt. Rein in die Partie gegen Paderborn. Schwerer Gegner. Ich hoffe, wir können die besiegen. Zieler mit einer wichtigen Parade. Bisher sehr ausgeglichen. Allerdings bisher auch noch keine offensive Aktion von uns, die richtig gefährlich wurde. Also keine Abschlusssituation. Die machen das defensiv gut. Man sieht das aggressive Pressing. Und wir müssen bei den Standards hier höllisch aufpassen, weil mit Florent Musli haben sie einen der besten Standardschützen der Liga. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Schöner Doppelpass da außen. Nochmal in die Mitte. Damar. Wir kommen nicht in die Abschlusssituation. Stehen im finalen Moment dann doch sehr tief. Damar mal mit einer Chance. Wir wollen hier raus Kapital schlagen. Ecker auf Nielsen. Der kommt nicht ran. Halstenberg nochmal auf Derek Köhn. Ja, der hat den gerade noch so. War eng. Aber wir haben den Ball. Besuchkov in der Mitte. Hat ein bisschen Platz. Nicht viel, aber ein bisschen. Ball auf Howie. Nochmal zurück auf Max Besuchkov. Foul im 16er. Ne, lässt sich auch nicht fallen. Macht er fair. Machen erstmal so weiter in der zweiten Halbzeit. Wir haben kaum eine Wahl, auch wenn unsere Fitness nicht so wirklich da ist. Aber wir brauchen unsere besten Leute auf dem Platz, um hier Erfolg zu haben. Zieler macht eine überragende Partie, aber den Kopfball kann er auch nicht halten. Felix Platte mit der Führung. Und es ist verdient. Was soll ich euch erzählen? Wir sind offensiv leider zu harmlos. Und defensiv macht Paderborn uns arge Probleme. Der Sieg gegen Nürnberg sollte eigentlich Auftrieb geben. Bisher sieht man das aber nicht. Vielleicht jetzt über Besuchkov. Guter Antritt. Der Pass. Der letzte. Der war dann zu schwach. Wir gehen nochmal rein. Wir haben vielleicht noch einen Angriff, den wir ausspielen können. Wenn überhaupt. Weil Paderborn das jetzt natürlich auch gut macht. Richtung Eckfahne geht. Im 16er. Wieder zurück zur Eckfahne. Zeitspiel ist clever. Wir kommen überhaupt nicht in den Zweikampf. Wir müssen unbedingt den Ball jetzt erobern. Ansonsten wird das auch nicht so mit dem letzten Angriff quasi. Besuchkov im Zweikampf. Jetzt haben wir den Ball. Schaffen wir das noch? Eine Minute gibt es nur Nachspielzeit. Aber Damar nochmal. Kann er sich da durchsetzen? Nein. Wir verlieren zu Hause gegen den SCP. Ja, das tut so weh. Und jetzt habe ich gefettfingert und habe versehentlich das Angebot für Max Besuchkov angenommen gerade. 2,1 Millionen von Leeds United. Ich wollte es ablehnen. Habe es angenommen. Jetzt haben wir den Salat. Wollt aber anscheinend auch weg. Perfekt. Obwohl er Stammspieler ist gerade. Hä? Es ist wirklich schwierig. Auch unser Capitano ist nicht zufrieden mit dem, was ich tue. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Sieg gegen Wiesbaden. Wir sind Zehnter. Es ist nicht dramatisch. Aber wir wollen nach oben. Und oben ist aktuell 12 Punkte entfernt. Und das ist überhaupt nicht gut. Timon Goppel ist der wichtige Spieler. Bei wehen Wiesbaden? Zugegebenermaßen. Den wollte 96 im Sommer. Beziehungsweise der Stand auf der Liste angeblich. Ansonsten. Es gibt keine Ausreden. Die müssen wir schlagen. Es spielt nicht mal der Stammtorwart. Votier rückt in die Startelf. Ansonsten alles mehr oder weniger wie gehabt. Wir gehen rein in die Simulation. Und wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ist auch das letzte vor der Winterpause. Tresoldi Schaub. Teuchert 1-0. Wichtig. 15. Minute. Wir hätten gerade fast schon zurückgelegen. Ich blende es euch hier nochmal kurz ein. Riesenchance für Wiesbaden. Und jetzt sind wir aber vorne. Mit Mann und Maus. Versuchen wir nicht mehr zu verteidigen. Bretein mit dem Ausgleich. Es ist so schlecht, was wir spielen aktuell. Zieler mit dem Big Save. Es ist Wiesbaden. Kamera ist ausgefallen. Wir machen mit der Handykamera weiter. Und sehen den Angriff über Teuchert. Wir sehen den Angriff über Teuchert. Wir sehen den Angriff über Schaub. Wir sehen die Führung für Hannover 96. Es ist so wichtig. Wiesbaden hat 8 zu 3 Schüsse. Ich weiß nicht, wie wir hier führen. Aber wir gehen wieder nach vorne. Über die rechte Seite. Über Muroja. Über Schaub. Auf Teuchert. Der kriegt den Ball nicht aufs Tor. Aber wir sind aktiv. Luis Schaub. Warum legt er ihn nicht quer? Es wäre die dicke Chance gewesen. Es hätte das Tor sein müssen. Warum schießt er nicht? Es ist Wahnsinn, was wir hier für Chancen haben. Und nicht mal zum Abschluss kommen. Ach, Tresoldi versucht es. Wenigstens einer. Ach, und es ist vorbei. Wir gewinnen das Spiel gegen Wiesbaden. Ich und meine Kamera bauen jetzt erstmal eine Pause. Und dann gucken wir nochmal zum Abschluss dieser Folge auf die Tabelle. Und sprechen darüber, was in der nächsten passieren muss. Tabellenplatz 10. Ist das gut? Na, eher nicht. Aber mehr Sieger als Niederlagen. Und auch nur noch 9 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3 nach unserem Sieg. Dazu mit einem einzigen Sieg plötzlich Tabellenplatz 7. Und die Welt sieht nicht mehr so dramatisch aus. Trotzdem haben wir einiges zu tun in der Rückrunde. Und ich bin sehr gespannt, was ihr für Vorschläge habt. Wie wir auf dem Transfermarkt vorgehen sollen. Ich habe natürlich den Fettfinger-Move des Jahres gemacht. Mit dem Verkauf von Max Besuschkopf. Ein meiner Lieblingsspieler. Aber manchmal steckt man nicht drin. Und auch wenn man es nicht 100%ig realistisch halten kann. Wie gesagt, wenn ein Angebot kommt, ist es realistisch, dass ein Verein sich damit auseinandersetzt. Unabhängig davon, wie realistisch es ist, dass manche Spieler gehen oder auch nicht. Dementsprechend eigentlich genau richtig. Wir haben hier keinen, der unverkäuflich ist. Und wir werden sehr gespannt darauf sein. Oder ich bin sehr gespannt darauf, was ihr schreibt. Und ich glaube, alle anderen sind auch gespannt darauf, was ich dann umsetzen werde in der nächsten Episode. Dabei werdet ihr definitiv Einfluss nehmen können. Beziehungsweise darauf werdet ihr Einfluss nehmen können. Und ich habe Bock drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Deswegen bin ich für heute raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und mir den Kanal kostenlos und nichts mehr zu verpassen lassen. Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.